Für mehr Lebensqualität, Villagasa, Euer Vermachter, Verwohnungen haben hier. Mein Name ist Markus Gerber. Ein wunderschönes Bergpanorama, direkt an der Landwirtschaftszone und das bei einer optimalen Besonderung. Wenn euch das wichtig ist, seid ihr hier genau richtig. Eine 4,5 Zimmerwohnung im ersten Obergeschoss, Neubau, zwei grosse Balkone, zwei Bade, eine mit einer Badewanne und eine mit einer Dusche. Habt ihr gewusst, dass ihr in Eschi mit dem Bus direkt zum Spiezbahnhof geht? Eschi ein wunderschönes Halbenband mit Sauna hat und im Winter könnt ihr in Eschi Ried sogar Skifahren gehen. Wünscht ihr eine Besichtigung oder habt Fragen? Für eure Lebensqualität stehen wir euch sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Ära Seite, in der ist die Lehmannung im ersten Obergeschoss, die Handwerke saubern sich und ein Schöpfchen sind. Ich glaube, es wird euch ein Wunderschön. Wenn du eine Lehmann entschieden hast, Wenn du eine Lehmann befestigt immer genauer, dann wird es euch gleich gut. Und du eine Lehmann befestigt, dass ihr euch gar nicht mehr oder die Lehmann befestigt. Bis zum nächsten Mal.